...und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet wird... ...außer Allah, die Allmächtige, ich bezeuge, dass Mohammed, salallahu alaihi wa sallam, sein Dina und Gesandt ist. Alhamdulillah, verzeiht uns liebe Geschwister, dass wir etwas später anfangen. der Kameramann ist noch so ein bisschen bei der Übung wir wollen inshallah ta'ala heute auch fortfahren mit unserem Programm Surat As-Sajda und wir sind auf der Seite 416 das letzte Mal haben wir bis zur 14. ja studiert und heute inshallah machen wir 15. fortführende bis Ende der Seite inshallah ta'ala und bitte alle euer Mus'haf damit wir diese Eidl-Ayaat von Allah Azza wa Jalla lezen können A'udhu billahi s-sami' al-alim min ash-shaytan al-wajib bitte nur etwas die Lautstärke einstellen damit wir hier nur Quran lesen können Inna ma yukminu bi-ayatina al-ladhina idha dhukkiru biha kharru sujjada inna ma yukminu bi-ayatina al-ladhina idha dhukkiru biha kharru sujjada kharru sujjada wa sabbachu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun kharru sujjada wa sabbachu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun Wie ihr wisst, liebe Geschwister das ist nicht nur die Surah As-Sajda hier gibt es auch eine Sajda die Surah heißt As-Sajda und hier gibt es auch eine Sajda und von der Sunnah ist, dass man sich niederwirft bihidlillahi ta'ala dass man einmal seinen Kopf auf den Boden legt und es gibt ein Bittgebet inshallah ta'ala wenn ihr das jetzt auch noch nicht könnt einfach werfen wir uns jetzt nieder inshallah von der Sunnah ist in Richtung Tibla das muss man auch nicht jedes Mal machen sondern wenn wir das jetzt einmal bei der Sitzung gemacht haben inshallah ta'ala ist das auch Sajda Thetegaf'a genbowb'ahum Untertitelung. BR 2018 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nur diejenigen glauben an unsere Zeichen, die wenn sie damit ermahnt werden, erbietig niederfallen und ihrem Herrn Lob preisen und sich nicht hochmütig verhalten. Allah, subhanahu wa ta'ala, sagt sinngemäß, nur diejenigen, die an unsere Zeichen glauben, was machen sie, wenn sie diesen Glauben im Herzen verinnerlicht haben? Sie werfen sich vor Allah, subhanahu wa ta'ala, erbietig nieder und lobpreisen ihn mit seiner, subhanahu wa ta'ala, mit seinem Ruhm und sie verhalten sich hierbei nicht hochmütig. Allah, subhanahu wa ta'ala, berichtet uns, nachdem er uns vorher über diejenigen berichtet hat, die Yaumul Qiyamah zu Allah, subhanahu wa ta'ala, zurückkehren werden und als Kuffar gestorben sind, arrogant waren, hochmütig waren, die Wahrheit anzunehmen hier in dieser Dunya, so werden sie vor Allah, subhanahu wa ta'ala, mit gesenkten Köpfen stehen. So ist ihr stehen vor Allah, subhanahu wa ta'ala, die Hochmütigen, die hier ihre Köpfe in dieser Dunya erhoben haben und gedacht haben, dass ihnen die Welt gehört und dass sie ein eigener Gott sind für sich selber, so werden sie eines Besseren belehrt von ihrem wahren Gott, Allah, subhanahu wa ta'ala, dem König der Wahrheit. Sie werden vor ihm stehen mit gesenkten Köpfen und sie werden Yaumul Qiyamah Allah nicht anders nennen, außer unser Herr. Unser Herr. Nur haben sie es zu spät erkannt, dass Allah, subhanahu wa ta'ala, ihr Herr gewesen ist, nicht nur in der Dunya, sondern vor allen Dingen auch im Jenseits, liebe Geschwister. Und dann haben sie gesagt, oh unser Herr, wir sehen jetzt. Konnten sie in der Dunya sehen? Sie konnten sehen, aber was haben sie nicht gesehen? Die Wahrheit. Wie übel ist es, dass man Gnaden von Allah, subhanahu wa ta'ala, bekommen hat, mit denen man die Wahrheit sehen soll, mit denen man die Rechtleitung sehen soll. Und man hat diese Augen genutzt, um Allah, subhanahu wa ta'ala, zu bekämpfen und Allah, subhanahu wa ta'ala, abzulehnen. So werden sie vor Allah, subhanahu wa ta'ala, stehen, indem sie selber über sich sagen, wir sehen jetzt. Sie konnten sehen, aber sie waren blind in der Dunya. Und wir hören jetzt. Wir haben dieses vorgefunden, was wir in der Dunya gehört haben. Wir hören jetzt sehr gut an diesem Tag, denn die Ermahnung war nichts anderes als Wahrheit. So schicke uns zurück zur Dunya, damit wir Gutes tun. Wir sind jetzt überzeugt, dieses Wort jetzt ist leider zu spät. Und so werden sie für ewig in Gehennem gehen. Allah, subhanahu wa ta'ala, mit seiner Hikmah, er hat diesen Leuten nur eine festgesetzte Frist gegeben. Und wir haben gesagt, wenn diese Leute zurückgeschickt worden wären zur Dunya, was hätten sie gemacht? Genau dasselbe. Obwohl sie was gesehen haben jetzt. Die Wahrheit, das Höllenfeuer, wie die Leute im Höllenfeuer bestraft werden, trotzdem hätten sie wieder in der Dunya dasselbe gemacht. Und deswegen sind sie Kuffar und deswegen verdienen sie nichts anderes als das ewige Höllenfeuer. Und deswegen unterscheidet Allah, subhanahu wa ta'ala, diese Leute von den Gläubigen. Denn jetzt berichtet Allah, subhanahu wa ta'ala, uns über die Gläubigen. innama yu'minu bi ayatina ladina idha dhukkiru biha. Wahrlich, diejenigen glauben an unsere Ayat, an unsere Zeichen. Wenn sie damit ermahnt werden, was machen sie? Kharu sujada. So werfen sie sich nieder. So werfen sie sich nieder. Vor wem? Vor Allah, subhanahu wa ta'ala. Die Kuffar hingegen haben sich vor allem niedergeworfen, außer vor Allah, subhanahu wa ta'ala. Die Gläubigen werfen sich vor niemand anderem nieder, außer vor Allah, subhanahu wa ta'ala. Was machen sie diese Leute, die Allah, subhanahu wa ta'ala, hier beschreibt? Das sind Leute, wenn sie an die Zeichen Allah, subhanahu wa ta'ala denken. Und sie fühlen dabei in ihrem Herzen die Gewaltigkeit Allah, subhanahu wa ta'ala, so werfen sie sich nieder. Vor Allah, subhanahu wa ta'ala, der ihr Herr ist, weil sie wahrlich unterwerfende Diener sind. Und das ist die Unterwerfung, dass man sich vor Allah, subhanahu wa ta'ala, unterwirft. Man kennt die Gewaltigkeit Allah, und man weiß, dass niemand die Macht hat wie Allah, und man fürchtet Allah, subhanahu wa ta'ala, vor allem. Und daher werfen sich diese Leute, die am meisten Wissen haben, vor Allah, subhanahu wa ta'ala. Sie werfen sich nieder, wenn sie mit den Zeichen ermahnt werden, liebe Geschwister. Und nicht nur das, sie nur preisen Allah, subhanahu wa ta'ala, wenn sie im Sujud sind, was sagen sie? Subhanahu wa ta'ala, oder subhanahu wa ta'ala, wa bihamdi. Das sind ihre Worte, gepriesen sei mein allerhöchster Herr, und gepriesen sei mein allerhöchster Herr, und ihm gebührt der Lob, subhanahu wa ta'ala. Und Allah beendet, und sie verhalten sich nicht hochmütig. Anders als die Kuffar, diese Gläubigen werfen sich nieder vor Allah, subhanahu wa ta'ala, denn das ist die Unterwerfung, für die sie sich entschieden haben. Und das war das Richtigste in ihrem Leben, wofür sie sich entschieden haben. Anders als die Kuffar, die hochmütig sind und denken, dass Allah, subhanahu wa ta'ala, nicht ihr Herr ist, liebe Geschwister. Daher, es gibt hier eine Stelle, und wir sagen, das ist As-Sajdat-u-Tila, das heißt die Rezitationsniederwerfung. Es gibt insgesamt 15 im Koran. Die Überlieferung darüber, dass es 15 gibt, die ist schwach, aber es gibt ein Ijma'ah von Ahl-i-Sunnah wa Jama'ah, dass es 15 Stellen gibt im Koran, wo diese Niederwerfung erfolgen, liebe Geschwister. Und das Urteil über die Niederwerfung bei so einer Stelle im Koran ist, dass dieses eine beliebte Handlung ist. Ist, dass es eine beliebte Handlung ist. Was den Propheten, sallallahu alayhi wa sallam, selber betrifft über diese Angelegenheit mit der Rezitationsniederwerfung, so haben wir, wie gesagt, nichts Konkretes hier diesbezüglich aus der Sunnah, weil wir haben gesagt, das ist aber Ijma'ah von Ahl-i-Sunnah wa Jama'ah, aber von Umar ibn Khattab haben wir einen Afer, radiyallahu anhu arda, er las einmal Surat an Nahl, liebe Geschwister, auf der Mimba, dann kam er an einer Stelle, wo es eine Sajda gab, dann ist er heruntergekommen von der Mimba und hat sich niedergeworfen. Und am nächsten Jumu'ah, wo er ebenfalls dieselbe Stelle erreicht hat, ebenfalls am Jumu'ah, so hat er dieses nicht vollzogen. Er sagte, oh ihr Menschen, wenn ihr an einer Stelle mit der Rezitationsniederwerfung kommt, so ist es besser, dass ihr euch niederwirft. Und wenn ihr es nicht tut, so liegt auf euch keine Sünde. Und wir haben das besser gemacht, Alhamdulillah, deswegen haben wir uns niedergeworfen, liebe Geschwister. Das ist eine Sache, wo man auch sein Herz erziehen sollte, seine Bescheidenheit erziehen sollte, seine Unterwürfigkeit gegenüber Allah, demonstrieren sollte. Das ist die Eigenschaft der Gläubigen. Sie sind Leute, die sind gegenüber Allah, unterwürfig, demütig, bescheiden, anders als Kuffar dieses Sinnen. Und deswegen beschreibt jetzt Allah, das Beste, was sie gemacht haben, ihre Seiten weichen vor den Schlafstätten zurück. Sie rufen ihren Herren in Furcht und Begehren an und geben von dem, womit wir sie versorgt haben, aus. Nein, Allah berichtet uns, dass diese Leute nur sehr wenig schlafen. Das heißt, sie stehen auf in der Nacht. Es kann das Isha-Gebet sein, es kann das Nachtgebet sein. Wie auch immer, diese Leute stehen auf zum Gebet. Und Inshallah Ta'ala ist hier das Isha, das Kiyah und Nel-Gebet gemeint, weil in einer Überlieferung, die wir auch letztens studiert haben, im Werk von Imam An-Nawawi, Rahimullah Ta'ala, als der Prophet, salallahu al-Mu'azi bin Jabal, die Abwab-ul-Khayr aufgezeigt hat, dann sagte er Und, womit ermahnte er ihn? Mit dem Nachtgebet. Mit dem Nachtgebet. Und dann hat er welche Aya gelesen? Diese Aya. Ihre Stellen weichen von der Seite, bedeutet sie stehen auf. Und in der Zeit, wo die anderen schlafen, so erheben sie sich, weil sie begehren Allah Azzawajal. Und sie dienen Allah Azzawajal nicht nur, indem sie sagen, Allah ist ein barmherziger Herr. Und er wird nur mit uns barmherzig sein. Und sie dienen Allah Azzawajal nicht, indem sie sagen, Allah ist nur ein strafender Herr. Sondern, Sie dienen Allah Azzawajal in Angst und in Ehrfurcht. Und es gibt Leute, die wollen diese Eigenschaft von Allah Azzawajal hinwegnehmen, dass man sich ängstigen sollte vor Allah Azzawajal. Nein, dieses ist die Akhida von Ahlus Sunnah und Jamaah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sagt uns im Koran, فَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ So fürchtet mich, wenn ihr Gläubige seid. Und daher sagen die Ulamä über diese Aya, fürchtet mich, wenn ihr gläubig seid. Die Furcht ist eine Bedingung des Glaubens. Damit der Glaube richtig ist. Denn wenn du die Furcht nicht hast, sag mir bitte, was treibt dich zu den guten Taten, wenn nicht die Furcht? Was treibt dich dazu, dich von den Sünden fernzuhalten, wenn nicht die Furcht? Es gibt Leute, die sagen, Liebe, 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 ja Subhanallah, Liebe ist mit drin. Aber die Angst ist natürlich ein Motivator, der uns dazu bewegt, das zu machen, was Allah Azzawajal von uns will. Es ist ja auch nicht immer alles leicht zu verrichten. Wozu Allah Subhanahu Wa Ta'ala uns aufgefordert hat. Aber die Angst ist mit einem Motivator, nicht nur der einzige, sondern auch, dass man die Hoffnung auf die Barmherzigkeit hat. Und so dient ein Diener Allah Azzawajal. Allah mit diesen zwei hauptsächlichen Eigenschaften. Natürlich die Liebe ist die dritte, die auch dazu gehört. Die Gelehrten haben das wunderschön beschrieben. Sie sagen, das ist das Beispiel von einem Vogel. Der Kopf ist die Liebe und die beiden Flüge sind Hoffnung und Angst. Was bedeutet das, Hoffnung und Angst? Wenn du über deine Sünden nachdenkst, dann bet dein Herz und du fürchtest dich vor der Strafe, Allah Azzawajal, und bittest daraufhin, Allah um Vergeben. Wer von uns sündigt nicht? Wer von uns lebt wie der Prophet Muhammad? Sallallahu alaihi wa sallam. Niemand. Deswegen, weil wir alle Sünder sind und weil wir Fehler machen, absichtlich oder unabsichtlich, wir bitten Allah Azzawajal um Vergebung in der Hoffnung, dass er uns verliebt. Und das andere ist die Hoffnung, dass wenn wir über das Paradies hören, über die Belohnung hören von Allah Subhanahu wa ta'ala, so begehren wir zu den Leuten des Paradieses zu gehören, die all das Wunderschöne von Allah Subhanahu wa ta'ala bekommen werden. So vereinen wir die Angst und so vereinen wir ebenfalls, liebe Geschwister, die Hoffnung. Der Gesandte Sallallahu alaihi wa sallam bis in einer Überlieferung, bei At-Tilmidi heißt es, seine wunderschöne Überlieferung, er kam einmal zu einem jungen Mann herein, der im Sterbebett lag. Dann fragte ihn der Gesandte Sallallahu alaihi wa sallam wie es ihm geht. Er sagte, O Gesandte Allahs, ich fürchte mich vor dem, was ich gegenüber Allah azzawajal gemacht habe. Und ich hoffe auf seine Barmherzigkeit, dass er mir vergibt. Der Gesandte Sallallahu alaihi wa sallam sagte zu ihm, Kein Diener, der diese beiden Dinge im Herzen vereint, das heißt, Hauf wa ta'am, das heißt, Angst und Begehren. Kein Diener, der diese beiden Dinge im Herzen vereint, Außer, dass Allah azzawajal ihm vor dem schützt, wovor er sich fürchtet und ihm das gibt, was er begehrt. Deswegen, liebe Geschwister, es ist falsch, wenn man im Todesbett liegt, dass man nur an was denkt? Nur an die Strafe Allah azzawajal. Nein, vor allen Dingen im Zustand des Todes sollte man sehr viel Hoffnung auf die Barmherzigkeit Allahs haben. Wie der Gesandte Sallallahu alaihi wa sallam sagte, la ya buktanna ahadakum hatta oder hatta yuhsinnu dhanna bila ya azzawajal Niemand von euch soll sterben, bis er eine gute Vermutung über seinen Herrn hegt, subhanahu wa ta'ala. Du sollst eine gute Vermutung haben, besonders wann kurz vor dem Todesbett. Weil der Schaitan ist da und will dir was nehmen? Die Hoffnung auf die Barmherzigkeit Allahs subhanahu wa ta'ala. Und weil sie diese Eigenschaften hatten, dass sie gute Werke gemacht haben, dass sie, liebe Geschwister, von dem ausgegeben haben, was Allah azzawajal ihnen als Rizk, als Gnade von sich ausgegeben hat, so werden sie das Paradies bekommen bei Ibn Allah ta'ala. Sie haben die Zakat entrichtet und sie haben Sadaqa gegeben, freiwillig, ohne dass sie dazu gezwungen waren. Das haben sie gemacht für Allah azzawajal das Angesicht und heute sagt Allah subhanahu wa ta'ala keine Seele weiß, welche Freuden im Verborgenen für sie bereit gehalten werden, als Lohn für das, was sie zu tun pflegt. Subhanallah. Allah azzawajal beschreibt den Zustand, der den Paradies Bewohnern einzig und alleine zukommen wird. niemand von den Seelen weiß, was Allah azzawajal für sie verborgen hat an Belohnung, an Genuss, an Schönheit. Niemand weiß das. Das ist der Lohn für diejenigen, für das, was sie getan haben. Das heißt, meine Geschwister, dieses ist eine frohe Botschaft für die Gläubigen und dieser Koran ist auch eine frohe Botschaft für uns Gläubigen, damit wir auch den Lohn Allah azzawajal kennen. Allah verspricht hier und wer ist wahrhaftiger als Allah, wenn du in das Paradies hereinkommst, so wirst du alle Genüsse leben, die Allah azzawajal dir zur Verfügung stellen. Und Abu Ureira radiyallahu an berichtet in einer Iberifung bei Al-Bukhari, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam von Allah azzawajal seinem Herrn berichtet, er sagte, aadattu li'ibadiyas sallihin ma la aynun ra'at wa la udhun samihat wa la khatara ala qalbi masha er sagte sallallahu alaihi wasallam Allah sagt Allah sei ich habe für meine rechtsschaffenden Diener für wen? für meine Diener für meine rechtsschaffenden Diener schaut mal subhanallah die Religion ist exakt etwas vorbereitet ma la aynun ra'at was noch nie ein Auge zuvor gesehen hat hast du einmal ein Haus aus Perlin gesehen? sag es mal hast du einmal gesehen dass es einen Baum gibt dessen Stamm gold ist? hast du sowas schon mal gesehen? hast du ein Hur al-Ayn gesehen? wenn man sie sieht dann würde man sterben an ihrer Schönheit aber weil Allah einem das ewige Leben geschrieben hat so stirbt man nicht wie meine Diener war ta'ala sagte das haben wir hier mit unseren Augen nicht gesehen bedeutet alles was du schönes hier gesehen hast in der dunja du hast tatsächlich noch nichts gesehen noch nichts und gibt es schöne Dinge hier in der dunja es gibt doch hier schöne Häuser wo du sagst mir würde dieses Haus reichen als Paradies Haus weil wir arme Seelen sind und nicht verstehen was es im Paradies gibt wer immer nur bei Ikea war der weiß nicht was es bei Möbelkraft gibt oder Möbelkraft ist besser als Ikea ich hasse Ikea da gehst du rein und kommst nicht mehr raus die haben das exakt für Frauen her gekriegt bin mir sicher das System hat eine Frau gemacht Möbel andere zu waren wer nichts kennengelernt hat in dieser dunja was soll er sich wünschen und ich meine es so wie ich es meine wer nichts schönes gesehen hat kann er sich was schönes vorstellen ich gebe euch nur ein Beispiel damals als der Osten geöffnet wurde als die Mauer okay ich beschreibe das jetzt nicht so genau manche kriegen da gleich schlechte Gefühle dass die Mauer sozusagen zwischen den beiden Staaten gelöst wurde und es eine Einheit gab es gab Leute die haben die Bananen gesehen im Osten kannte man keine ich meine das im Ernst sie wussten nicht was Bananen sind Bananen die jelbe krumme satt warum ist die Bananen krumm im Übrigen warum ist die Bananen krumm Jaseen weil Allah ist so wakka Allah will du erklären er hat doch gesagt weil Allah ist so wakka subhanallah dann weiß warum sind manche Gedanken krum Ahmet die kannten keine Bananen als sie die erste Banane gegessen haben die dachten die wären im Paradies und das war nicht mal eine besondere Banane dann dachten sie das habe ich noch nie gegessen und die Wissenschaftler die Wirtschaftswissenschaftler die nennen das ein latentes Bedürfnis was heißt ein latentes Bedürfnis du wusstest vorher nicht was eine Sache war aber als du sie kennengelernt hast wolltest du sie nicht mehr los was haben wir kennengelernt was denn wer kreuzberg tempelhof was haben wir kennengelernt wer von uns war schon einmal in einem palast aus glas wer niemand deswegen was wünschen wir uns wir haben keine Ahnung was gut ist wir haben so ein paar standard Sachen die wir kennen und das ist für uns alles keine Ahnung und daher liebe Geschwister du kannst niemals wissen was gut ist wenn du nicht das gute kennst schau mal sogar die Überlieferung bei Al-Bukhari wo ein Mann vor Allah stehen wird und das wird der ärmste Paradies Bewohner sein Allah wird ihn sagen wünscht dir was so wird er sich wünschen wünschen aber er hat nicht viele wünsche so heißt der kennt nichts was ist das Transportmittel im Flugzeug nicht im Flugzeug das Transportmittel in Jen was ein weißes Pferd mit Flügeln bestückt mit Smaragden und Rubin ja aber kein Diesel kein Fahrverbot nichts wer kann sich so was vorstellen das sind Sachen die hat das Auge zuvor nie gesehen und auch was noch nie ein Ohr gehört hat wenn du hier diese verrückten Lieder hörst von diesen verrückten Menschen dann könnte der ein oder andere sagen das ist für mich ein Genuss warte ab bis du in ein Gender bist und zwei Paradies Jungfrauen zwei Paradies Jungfrauen werden eine am Kopfhände sitzen und eine an deinen Beinen sitzen und sie werden dir etwas vorsehen und auch kennen glaub mir du wirst das Lied auch kennen was wirst du hören im Paradies das ist das wonach wir streben sollten liebe Geschwister und was in keiner Herzens Vorstellung vorkommt das schönste was du dir im Herzen vorstellen kannst was wirst du bekommen aber besser und vollkommen als wie du es dir vorstellst es kam eine Frau zum Propheten und sie sagte zu ihm wie die Frauen in dieser heutigen Zeit ich habe das Gefühl dieses Paradies ist nur für die Männer warum weil die Beschreibungen oft sind für Männer und das ist alles mit der Hikmah von Allah was hat der Prophet gesagt ja das stimmt so er hat ihr diese Ayah gelesen keine Seele weiß was Allah an verborgenen Dingen für diese Seele zurückhält oder vorenthält als Lohn für das was sie begangen haben eine Frau die schlau ist was sagt sie sich jetzt ich weiß immer noch nicht was ich bekomme ist das ihre Antwort sondern ich werde bekommen was ich was ich begehre das fragt nicht mehr ja warum bei euch die Paradiesjungen Frauen so ist das so ist das aber wer hat dir gesagt du bekommst nicht was du begehrt glaubst du Allahs versprechen nicht subhanallah manche tun so als ob sie Allahs versprechen nicht glauben und eine Frau bekommt was sie bekommen soll alles was sie begehrt reicht das oder reicht das nicht wenn Allah dir sagt du bekommst was du begehrst fragst du noch aber iphone aber zweiphone aber dreiphone fragst du noch du fragst nicht weil es reicht dir dass Allah dich zufrieden stellen wird kann Allah uns zufrieden stellen bei Allah und nur Allah deswegen eine Frau fragt dann nicht mehr was sie bekommt du bekommst was du begehrst selbst die Frau liebe Geschwister die in dieser dunia nicht geheiratet hat die in dieser dunia nicht geheiratet hat so stirbt sie aber als gläubige dienen wen heiratet sie sie heiratet einen jungen Mann der ebenfalls in dieser dunia gelebt hat und nicht verheiratet war Allah wird sie miteinander im Paradies heiraten was willst du noch mehr was willst du noch mehr und eine Frau wird zufrieden sein mit ihrem Mann ja aber ich bin damit nicht einverstanden dass 50 andere wen interessiert das glaubst du tickst hier wie im Paradies dort wird das was hier krumm war gerade sein und ich ich will auch nicht dass der andere bekommt im Paradies ist das deine Bestimmung hast du bestimmt was es im Paradies für die gläubigen diener gibt und was nicht deswegen manche bewegen sich auf sehr gefährliches fahr das ist sehr gefährlich manchmal diese reine kann manchmal bis zum kuff dass man unzufrieden ist mit dem was Allah für einen bestimmt hat deswegen sei zufrieden Allah wird dich zufrieden machen das reicht dir und dich auch dienen Allah wird dich zufrieden machen mit was du wirst schon sein im Paradies es möge Allah es wieder sein das Paradies geht was soll wir darüber reden wenn wir noch nicht im Paradies sind was ist unsere Aufgabe hier wir erinnern uns mit dem Paradies aber träumen wir wir sind keine Träumer sondern jetzt kommt der enteilt als Lohn für das das Paradies was sie getan hat nicht was sie erträumt haben deswegen sagt Allah in Surat An-Nisa das ist nicht nach eurer Wunschvorstellung dass ihr was bekommt das Paradies das ist nicht nach eurer Wunschvorstellung und auch nicht nach den Wunschvorstellungen von Ahl Kitab die dauernd denken wir sind die Paradies geworden derjenige der Schlechtes tut so wird er dafür zur Rechenschaft gezogen oder ich wundere mich nach so einer Eier dass einer kommt und sagt ja ich bitte nicht ich faste nicht ich lese keinen Koran ich denke denke Allah nicht aber mein Herz ist sauber was sagt Allah wer schlechtes tut so wird er dafür bestraft zur Rechenschaft gezogen ja dann soll mir dieser Abomukmin der ein sauberes Herz hat erklären dass er nicht darüber Bescheid weiß dass er die schlimmste Sünde macht wenn er nicht betet was ist die schlimmste Sünde wenn er nicht betet das ist was was er macht Kuf Unglauben ist das so schlimm wir erklären dir wie schlimm das ist Ibn Al-Qayyim Rahim Allah Ta'ala sagt die Ulema haben eine Übereinkunft alle Ulema dass der jenige der das Gebet unterlässt schlimmer ist als einer der eine Seele tötet als einer der Alkohol trinkt als einer der klaut als einer der Sinner macht ja nee bitte wollen wir immer noch darüber reden dass du ein sauberes Herz hast er betet nicht wie heute wenn einer stirbt du sagst ihm du fragst die Anbürger war er ein Betender man sagt dir er war so gut zu seiner Familie er hat immer eingekauft bei Lidl dreimal am Tag er hat ihm alles gegeben der hat er hat er er zählt die 100 Dinge von der Dunja hat er gebetet nur das nicht nur das nicht nur aber jetzt nur ist dann nur dieses nur heißt kleiner Kuffer oder großer Kuffer bei manchen gelernt nur Wallahi wenn er seiner Familie nichts gekauft hätte aber er hätte gebetet wäre er besser dran gewesen oder nicht was nicht heißt dass man seiner Familie nicht dass die geizigen sich jetzt freuen das heißt wir kriegen das Paradies für was für unsere Taten dieses ist das Paradies welches ihr geerbt habt für das was ihr getan habt kriegen wir das Paradies nur wenn wir das Gute getan haben wenn du das Gute tust dann erst hast du überhaupt was die Chance in das Paradies herein zu gehen der Prophet sagte niemand kommt in das Paradies herein durch seine Taten richtig weil auch wenn wir gute Taten machen sie sind niemals gerechtfertigt um was um das Paradies zu bekommen aber wenn wir die guten Taten machen dann erst haben wir eine Chance auf das Paradies sonst nicht aber was will jemand sagen der keine guten Taten hat leise wie eine wunderschöne das Paradies ist nicht nach euren Wunschvorstellungen nur weil ihr euch das Paradies wünscht so werdet ihr es bekommen bei Allah das wird nicht so sein deswegen die Geschwister wir müssen Anstrengungen zeigen für das Paradies und ich möchte nur ein Wort dazu sagen erlaubt ihr mir ein Wort dazu zu sagen die Geschwister aber das ist so wichtig welcher tat kannst du von dir behaupten dass du diese tat gemacht hast und sagst aufgrund dieser tat wünsche ich mir so das Paradies hast du einmal so lange Niederwerfung gemacht dass die Leute gedacht haben dass deine Seele schon hochgestiegen ist hast du einmal so lange Niederwerfung gemacht er sagte ich bin einmal das war nach dem Tod vom Propheten ich bin an Aisha vorbeigegangen und er hat so durch die Seite gesehen dass Aisha im Sujud war er sagte ich habe meine Sachen erledigt auf dem Markt kam zurück sie war immer noch bei manchen der tippt den Boden und gleich hoch der hat nicht mal Zeit für dreimal Subhanarabiyalati oder Subhanarabiyalati Alhamdulillah schläft ja ich muss mal nach vor schläft wie das ist das ist wirklich Eifer damit du sagst okay wenn dann vielleicht mit dieser Tag vielleicht hast du einmal so viel gespendet dass du gesagt Allah hat mich zu so einer Spende geleitet ich meine jetzt mehr als 50 Cent weil manche der gibt 50 Cent und dann lebt er sich zurück in seinem Fernsehsessel gesagt niemand war besser als ich heute niemand macht und und er ist überzeugt davon manche sie subhanallah weinen so über die ehrfurcht Allah dass du nicht mehr ihr herz ruhig kriegst und ich frage wo sind unsere taten wo wir sagen ha wenn dann diese tat war eine besondere tat damit wir in das paradies hereingehen wo sind diese taten ja Allah gebe mir eine frau ja Allah gebe mir ja Allah gebe mir dunya 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 vielleicht auch playstation manche Leute sie bitten Allah nur um dunya natürlich wir bitten Allah nur Allah aber er bittet Allah nur die Frage ist was macht er für Allah es geht nicht nur darum zu bitten bitten wisst ihr was das bittgebet von manchen gläubigen dienern oh Allah sei zufrieden mit mir er fügt dem nichts hinzu und ich sage Allah sei nur zufrieden mit uns wir wollen nichts dunya interessiert uns nicht und es wird gesagt und mittlerweile kennt ihr mich wenn ich sage es wird gesagt so gibt es eine riwaye darüber und manchmal ist es schwer eine Sache auf den Authentizitätsgrad festzustellen Seidem Ibn Omar der Sohn von Ibn Er war einmal im Masjid Al-Hara und das war in der Zeit wo Omar Ibn Khattab Khalifa war und Omar Ibn Khattab ist natürlich von ihm der Opa Er sagte zu ihm Omar Ibn Khattab als er ihn im Masjid Al-Haram gesehen hat Hast du ein Bedürfnis kann ich irgendwas für dich tun und als Khalifa hast du ein bisschen mehr Möglichkeiten als ein normaler Bürger So fragte Salimin von der Dunya oder von der So sagte Omar Ibn Khattab du weißt er sagte soll ich im Hause Allahs von jemand anderen außer von Allah bitten soll ich im Hause Allahs von jemand anderen außer von Allah bitten dann ist er gegangen die Leute sind ihm nachgegangen und haben ihm gesagt irgendein Wunsch er sagt zu ihnen von der Dunya oder der Akhirat sie sagen du weißt die Akhirat nur Allah in der Hand dann hat er ihm gesagt Assalamu Alaykum was wollt ihr die Akhirat wollt ihr mir Dunya geben interessiert mich nicht diese was soll ich mit Dunya spielen was soll ich mit Dunya das heißt nicht dass man auf die Dunya gänzlich verzichten muss nein aber jetzt in deinem Herz was ist dein größeres Verlangen dass du hier in der Dunya alles bekommst oder dass du lieber das Paradies bekommst was ist dein größeres Verlangen das ist die Frage und unser größtes Verlangen müsste sein dass wir was bekommen das Paradies weil das was hier in der Dunya ist wird vergehen alles auf dieser Dunya wird vergehen liebe Geschwister daher der Schlaue er ist derjenige der es bevorzugt das zu bekommen was er am meisten begehrt und das ist das Paradies was man die auch gibt von der Dunya schaut mal der Profil sagt in einem Muslim ein Mann wird genommen dann wird er und dieser war der Mann der am meisten in dieser Dunya genossen hat was heißt genossen hat könnt ihr euch vorstellen wenn ein Mann ihr am meisten genossen hat dass er ihr alles wirklich genossen hat was man nur genießen konnte dieser wird nur einen Moment in Jahannam eingetaucht und wieder rausgenommen dann wird er gefragt hast du jemals Gutes erlebt in der Dunya er sagt bei Allah mein Herr nein was für eine Dunya ist das bitte welche Dunya ist das und ein anderer der am elendigsten gelebt hat aber er war ein Gläubiger dieser wird für einen Moment im Paradies eingetaucht und dann wird er gefragt hast du jemals Schlechtes erlebt in der Dunya er sagt bei Allah mein Herrn nein was ist das für ein Paradies und was ist das für ein Höfler deswegen der Gläubige er möchte nur das Paradies liebe Geschwister die Dunya Sachen sind ihm nicht wichtig ist jemand der gläubig ist wie jemand der ein Frevler ist sie sind nicht gleich zu stellen ist jemand der gläubig ist wie ein Frevler natürlich nachdem beide Seiten aufgezeigt haben wir haben gesehen was diese Leute an Strafe bekommen die Kuffar und wir haben auch jetzt gehört was die Leute des Iman des Glaubens an Belohnung kriegen werden sind diese beiden gleich ist das Paradies wie das Höllenfeuer ist der Genuss wie die Schmerzen die zu erleiden sind im Höllenfeuer deswegen im Höllenfeuer was werden sie bekommen sie werden essen und trinken aus Feuer bekommen und ihre Kleidung wird aus Feuer sein aus Feuer ihre Kleidung wird aus Feuer sein ihr Schlafplatz sowohl ihre Matratze als auch ihre Decke wird aus Feuer sein Subhanallah was ist das für ein Leben um die Strafe wird ihn nicht gemütet wird ihn nicht gemütet das heißt du verstehen musst was die sind nicht gleich der Höllenbewohner ist niemals wie der Paradiesbewohner Allah hat den einen geehrt und den anderen erniedrigt wenn ihr auch diese Dunja jeden freigestellt habt aber es gibt eine Akhirat wo es absolute Gerechtigkeit von Allah geben wird liebe Geschwister was nun diejenigen angeht die Glauben und Rechtschaft eine Werke tun so wird es für sie Gärten der Zuflucht zur gastlichen Aufnahme geben für das was sie tun geht Allah berichtet hier nochmal diejenigen die Gutes getan haben die gläubig waren und Gutes getan haben so werden sie eine gastliche Aufnahme bekommen das ist dass sie das bekommen werden was Allah ihnen versprochen hat liebe Geschwister das worum sie ihnen gebeten haben in dieser Dunja und viele Leute dachten dass dieses nicht eintreffen wird aber bei Allah er wird ihnen ihren Lohn geben den sie von ihnen so sehr begehrt haben und auch natürlich als Folge von den guten Taten die sie gemacht haben und die jenigen was aber die jenigen angeht die fröhlen so wird das Höllenfeuer ihr Zufluchtsort sein jedes mal wenn sie aus ihm herauskommen wollen werden sie da hinein zurückgebracht und es wird zu ihnen gesagt kostet die Strafe des Höllenfeuers die Lüge zu erklären er berichtet uns genauso von denjenigen liebe Geschwister die gefrevelt haben im arabischen bedeutet frevel im deutschen übersetzt aber was bedeutet das hukum hukum mäßlich er ist wo aus der ne an ta'at in la was ist die gehorsamkeit was macht er gegenüber allah an gehorsamkeit nichts dieser hat sich entfernt von der gehorsamkeit zu allah subhanahu wa ta'ala deswegen ist er ein freveler was ist ein freveler ein freveler ist jemand der nicht betet ist ein freveler einer der nicht betet ist ein freveler einer der nicht fastet ist ein freveler einer der öffentliche sünden macht ist ein freveler und schaut mal dieser freveler hat im islam keinen schutz es gibt keine rieber bei einem freveler wenn jemand ein freveler ein ferset ist es gibt keine rieber über ihn nicht aufgrund der überlieferung bei al-beha wo der prophet gesagt haben soll es gibt keine rieber über einen freveler nein diese überlieferung ist da aber viele andere überlieferungen beweisen klar dass es keine rieber gibt bei einem freveler ein freveler ist nicht geschützt von Allah weil er nichts gutes tut und zudem noch öffentlich sündigt und wenn du mit ihm redest so ist er nicht einsichtig aber trotzdem das heißt nicht dass du jener als freveler bezeichnet es kann sein dass einer nicht betet wenn du zwei drei wörter zu ihm sagst was macht er danach er betet zu dem kannst du kein freveler sagen deswegen auch aufpassen mit diesem begriff liebe Geschwister und dann beschreibt Allah über das Ausgang von diesen Höllen nicht nur dass sie im Höllenfeuer sind sie werden natürlich bestialische Strafen man sagt jedes mal wenn sie versuchen aus dem Höllenfeuer herauszukommen warum wollen sie raus sie ertragen die schmerzen eine Person der nur einmal sein Finger an einem heißen Topf tut während dieser Topf auf dem Herd ist wie lange erträgt er das nicht mal eine Millisekunde er spürt sofort den Schmerz weil die schlimmsten Schmerzen sind wo auf der ober Schicht denn da sind die was nervt deswegen sagt Allah jedes mal wenn ihre Häute durchgebrannt sind wird Allah ihnen wieder eine neue Haut erschaffen warum eine neue Haut weil wenn sie schon gänzlich durchgebrannt ist was durchgebrannt ist da sind die Schmerzen nicht mehr so extrem aber wo sind die Schmerzen extrem an der Oberfläche deswegen kriegt er eine neue Haut und Allah beendet diese Ayah kostet die Strafe das bedeutet kostet die Strafe weil das wird sehr schmerzhaft sein möge Allah deswegen diese leute die haben keine Ahnung wenn er nicht mal einen heißen Topf anfassen kann eine Millisekunde nicht wie lebt der dann von morgens bis abends und jeder Tag bei Allah ist wie 1000 Jahre wie lebt ihr dann der muss die ganze Zeit diese Schmerzen ertragen aber manche tun so als ob es ihnen nichts ausmacht morgen werden wir ihnen dieselbe Frage stellen ob sie im Höllenfeuer zufrieden waren oder nicht jedes mal wenn sie versuchen aus dem Höllenfeuer zu entkommen dann werden sie wieder zurück zurück zurückgebracht nicht nur zurückgebracht was denkt ihr was werden die Engel mit ihm machen wenn sie versuchen zu flüchten die Zabani richtig zurück dringen nicht einfach so Strafe für diese Leute und Allah hat diese Höllenbebächter beschrieben Allah sagt subhanallah und dann beschreibt jetzt die Engel was sagt Allah so wie sind sie strengen herzens und unbarmherzig unbarmherzig das heißt Allah hat sie so erschaffen dass sie keine Barmherzigkeit in sich tragen im Gegenteil sie werden es lieben dem Befehl Allah nachzukommen das sind Engel sie machen nur was Allah ihnen geboten hat wie Allah sie sind unbesiegbar zu dem was wirst du machen bis die Höllenbewohner dann wen bitten werden sie werden zu Malik gehen ja Malik leg ein gutes Wort bei Allah damit er uns unsere Strafe verringert was sagt Malik zu ihm ihr müsst bleiben ich habe so eine Antwort nach so einer Qual eine Antwort die ihnen alle Hoffnung zerstört sie werden zurückgedrängt in das Höllenfeuer und es wird zu ihnen gesagt werden entweder von Allah oder von den Engeln es wird zu ihnen gesagt werden kostet die Strafe des Feuers das was ihr in der Dunja als Lüge oder für Lüge erklärt habt haben sie nicht gelacht über das Höllenfeuer in dieser Dunja so kostet heute diese Strafe vom Höllenfeuer worüber ihr euch lustig gemacht habt in der Dunja mal sehen ob ihr euch heute auch noch lustig macht über diese Strafe Möge Allah uns alle bewahren Möge Allah uns keine Millisekunden im Höllenfeuer bestrafen Gibt es Fragen erstmal zum Thema Wir wissen ja eigentlich dass jeder Freibler auch noch also wenn einer ein Freibler ist dass er noch ein Muslim ist jetzt in dem Beispiel kann man sagen dass diese Gruppe die Kuffar sind weil sie eine Sache zur Lüge erklärt haben was eigentlich bestätigt ist Nein Wer ist ein Freibler erstmal es gibt liebe Geschwister im Islam Unterscheidung so wie wir den großen Kuffer haben haben wir den kleinen Kuffer so wie wir den großen Schiff haben haben wir auch den kleinen Schiff so wie wir den großen Wollen Unrecht haben haben wir auch den kleinen Wollen ein Muslim könnte kleinen Kuffer könnte kleinen Schiff könnte kleinen Wollen praktizieren auch ein Fasig es gibt den großen Fisk und den kleinen Fisk große bedeutet immer man ist raus aus der Religion es gibt den großen Nifa und den kleinen Nifa daher unterscheidet Ahlus Sunnah zwischen diesen Angelegen ein und der große Fisk ist nicht wie der kleine Fisk es kann sein dass du bestimmte Sachen nicht machst aber das bringt dich nicht zu dieser Stufe wo einer ein Fasig in dem Sinne ist daher muss man unterscheiden zwischen diesen Gruppen und noch mal bitte allgemein jemand der nicht die Gehorsamkeit von Allah ausübt und jemand der auch große Sünde macht das ist allgemein ein Fasig aber wenn wir jemanden aufklären und er unterlässt diese Sachen dann nennen wir ihn nicht Fasig aber wenn er dabei bleibt und er verhält sich uneinsichtig dann ist dieser ein Fasig kann Fisk zum Kuffer führen natürlich Allah sagt und wenn zu ihm gesagt wird fürchte Allah so reißt ihm der Stolz zu Sünde hin das heißt er wird arrogant er will nicht von dir hören fürchte Allah er sagt sogar zu sich wer bin ich dass ich Allah fürchte so einer nachdem man ihn ermahnt hat mit den Worten Allah dieser wird ein Kaffir deswegen sagt Allah natürlich und das ist die Gefahr dass die Sachen die klein sind das hört sich niedlich an aber das ist nicht so niedlich wie viele denken diese Sachen können alle zum Großen führen vom Kleinen zum Großen und deswegen soll man alles vermeiden und allah ta'ala wa a an na na wenn du bist hier fahrt dann inshallah ta'ala bei Nabiya subhanahu Amen. 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 Amen.